Denn Sissi ist da, Sissi ist auch vom Fanclub, du hast dich, Sissi, an etwas, an etwas, was er gesagt hat, was war das? Er hat gesagt, wenn er es auf diese Bühne hier schafft, dann frisst er ein Besen. Den hat er wohl jetzt auch machen. Den hat sie mitgebracht, das hast du davor, wenn man treue Fans hat. Du hast gesagt, wenn du einmal auf der NDR-Bühne stehst auf der Kieler Woche, frisst du ein Besen hier. Guten Appetit. Fangen wir an, oder? Der schmeckt etwas besser. Ein S-Fahrerbesen, das hast du ein bisschen gelitten. Soll ich mal? Pass auf. Also das wäre jetzt der Besen zum Essen. Das sieht jetzt auch ein bisschen, wenn jetzt jemand einschaltet im Internet und sieht, was hier der Moderator auf die Bühne, der kann auch denken, was ist das jetzt hier? Das ist nicht NDR.de. Aber es ist ein Besen. Das sind Fans, oder? So, dann komm nachher und schau, ob es aufgegessen ist. Bitte sehr. Du musst aufpassen. Es ist Brot und es ist also nichts anderes. Mit Ketchup. Schreiber, vielen Dank. Und wir gucken dann auch gleich mal auf die Zahlen und die Gesamtergebnisse, die wir schon haben. Aber freuen uns.